So, Leute, ich begrüße euch recht herzlich auf der Aggrovation Map von Horsch. Leute, ich habe mir überlegt, wir gehen zurück auf Anfang. Weiß nicht, ob das die richtige Anfangskarte war, auf jeden Fall waren schon geile Zeiten hier drauf. Da steht Horsch, die Horsch-Karte, Leute. So, wir starten. So, wir starten mit einem 7er. Reetzer ready, jawohl. Rond Hydraulik. Muss, Leute, das ist ein Muss mit einem 7er. Kipper nehmen wir dabei. Wir müssen nämlich schon... Leute, es geht jetzt schon ab hier. Wir brauchen noch einen Drescher, natürlich. Wieso habe ich den denn dabei? Naja, egal. Natürlich den Klaas-Lexion. 87. XXL. So, wo reichen, ne? Ja, gehen wir von aus. Positiv. Schneidwerk, das 10,50 Meter. 12,50 Meter, 12,30 Meter. Jawohl, zack, dabei. Wir haben nur noch der Schneidwerkswagen. Wo haben wir denn den Schneidwerkswagen? 40, da ist er doch. Leute, ich muss euch sagen, mir geht's noch nicht so gut. Wir waren gestern Abend spontan in der Kneipe. Aber was heißt spontan? Oh, mal, Paschulke freut sich. Endlich sind die Schienlohner wieder da. Aber ein bisschen schwerfällig, der Klotz, heute. Oder das kommt, weil mir noch ein bisschen schlecht ist. Und jetzt müsste es passen. Jawohl. Ups, Auto kaputt gefahren. Kann ja mal passieren. Darf mir auch passieren. Ich bin Chef. Leute, ich hoffe, mit der Musik ist alles rechtens. Wir gucken mal nach. Schönigkeit. Passt. Passt. Ähm. Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Pflanzen, sterben, haben wir aus. Schnell. Auf jeden Fall werde ich mir wieder den Server anmieten. 90 Tage sind rum, die ich hatte. So, jetzt habe ich mir jetzt nämlich alles nachgelesen und nachgehorcht, was da los war. Und, äh, ja, 90 Tage rum. Nicht automatisch verlängert worden. Vier Tage zu spät gemerkt. Da war er verfallen, da war er weg. So eine Frechheit, ne? Ja, Leute, es ist Wochenende. Es ist Samstag. Wieso ist denn da unten jetzt der Händler? Achso, da ist bestimmt schon wieder irgendeine falsche Karte. Aber, naja, 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 naja. Wie ihr seht, Leute, wir spielen auch hier mit Cursed Bladern im Singleplayer. Wird es natürlich auch wieder geben. Single LS 17. Wuhu, wuhu. Pow, pow, pow. Und natürlich dann, auf dem Server, die Livestreams. Wuhu. Äh, oh. Ja. Ist denn mein Hof da hinten noch? Ja, ne? Ja. Oh, der Hof ist da. Ich finde das geil mit der Musik, wisst ihr das wohl? Ja, ich bin ja mal gespannt, wie das bei euch so ankommt mit alles auf Anfang. MarciFelmer, Glückwunsch, du hast mich in der Abonnentenzahl wieder eingeholt. Ich muss doch mal wieder ein bisschen was machen, glaube ich. Oh, ist das kalt. Ich hab das Fenster auf. Ja, mal gucken. Vielleicht kriegen wir heute Abend noch einen Livestream hin oder ein Video, wenn die Frau fährt. Wuhu. Man weiß es noch nicht. Müssen wir uns alle ein bisschen überraschen lassen. Ja, ne? Oh, hier, Erntereifen. Als hätte er es geahnt. Mhm. Schön. Schön, 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 Leute. Einen schönen Samstag. Oh, ihr habt die Randale-Pieten gar nicht an. Und gar kein Licht an. Alter, da sind sogar Spritspuren drin. Fahrgassen. Ja. Ja. Leute, es ist Wochenende. Wuhu. Wuhu. Wir haben hier auf die Mini-Gum wieder wechseln müssen. Der hätte ich einmal durchgeladen und dann hätte ich den weggepfeffert bis hinten gegen. So. Drescher. Ausklappen. Ausklappen, sag ich doch. Schneidwerk ist ausgeklappt. GPS schon dabei, ich weiß es gar nicht. Oh, falschen Gang. Natürlich machen wir hier alles in Schwartablage, weil wir ja die Strohbergung haben. Nee. 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 So ist das. Leute, wie gesagt, alles auf Anfang. Den Server werde ich zusehen, dass ich den, äh, zu morgen, übermorgen wieder fertig am Laufen kriege. Oder Montag, Dienstag am Laufen habe, dass wir dann quasi am Dienstag, Mittwoch irgendwann mal voll durchstarten können wieder. Echt schon scheiße, wenn mir das Ding auffällt, ne? Scheiße. Aber mit der Musik finde ich es schon mal ganz geil. Habe ich eigentlich jetzt... Nein, habe ich nicht. Natürlich nicht. Den... Den Helfer habe ich natürlich nicht drin. Aber egal. Dreimal rumdreschen können wir auch selber. Oder Curseplay. Also, Leute, ich würde sagen, in diesem Sinne, flexibel sein ist das A und O in diesen Momenten. Ähm, ja, gleich noch eben schnell zwei, drei Runden, äh, 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 hier, Fortnite. Pampan. Aufnehmen. Natürlich wieder den goldenen Modus. Vielleicht spielt sogar mein Bruder mit, wenn der Bock hat. Ja. Das wäre bestimmt lustig. Wir sind nämlich beide zusammen, trotzdem noch ein Grottenschleck drin. Aber für sowas hat man ja auch einen Teamspeak-Server. Oh. Äh. Oh, mir juckt das Ohr. Mir juckt das Ohr. nordwestmedia.de also Leute, in diesem Sinne, ihr wisst Bescheid, wir machen jeden Tag wieder was. Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, scheißegal, mir ist heute auch schlecht und es ist ein Samstag, weil wir gestern Abend noch bei Franz in der Kneipe waren, eben kurz gucken. So Leute, also in diesem Sinne würde ich sagen, bis später nochmal, ich frage eben meinen Bruder, ob wir zusammen Fortnite zocken, ob wir eine Chance auf den Wind haben, ist er hingestellt. Also Leute, ihr wisst Bescheid, wir sehen uns auf jeden Fall wieder, bis später. Bis zum nächsten Mal.